Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen hier zum Cash Stuffing für den Monat April. Ja, es wird diesmal ein relativ kurzes Cash Stuffing geben, weil ich diesmal ja gar nicht so viel Geld übrig habe, was ich da noch zusätzlich in den Umschlägen verteilen kann. Was nicht eh schon eingeplant ist für Lebensmittel, Online-Einkäufe und so weiter und so fort. Das seht ihr ja dann immer in den Wochenabschlüssen. Deswegen, ja, wird es diesmal eigentlich relativ kurzes verteilen. Ich muss ja diesmal auch, ja muss in Anführungsstrichen 100 Euro in meine Challenges sparen, weil ich ja letzten Monat so viele Spend-Tage hatte, also Tage, an denen ich Geld ausgegeben habe. Wandern da diesmal 100 Euro rein. Ist echt schon eine Menge, aber ist ja auch gut. So füllen sich da auch die Challenges ein bisschen, weil ich sonst nie so genau wüsste, wie ich dafür Geld abknapsen würde. Ich würde es wahrscheinlich alles in die Töpfe stecken. Deswegen ist das da so eine gute Lösung einfach für mich. Genau und das heißt, wir verteilen diesmal 200, 250, 300 Euro einfach nur in den Umschlägen. Davon allein 100 Euro in den Spar-Challenges. Da ich diesmal relativ große Noten habe, habe ich da auch gar nicht viele Möglichkeiten, das irgendwie großartig zu verteilen. Das heißt, es wird ja im Prinzip eigentlich so verteilt, wie es auch im April-Budget geplant war. Aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ich blende es einmal ein, wie ich da so die Wunschvorstellung hatte, wie ich da meine Umschläge einmal füllen kann. Geht natürlich nicht, weil so viel Geld ist gar nicht da. Ich habe immer so ein bisschen, ja, nicht immer die gleichen Einnahmen jeden Monat auf der Arbeit. Also sie variieren immer ein bisschen und ja, diesmal aufgrund dessen, dass der Nebenjob jetzt auch ein bisschen weniger ist, als vorher, was gut ist, habe ich halt ein bisschen weniger Geld zum Verteilen. Mal gucken, wie es nächsten Monat aussieht. Ja, und das ist aber nicht schlimm, weil das ist ja, ich sage mal, extra Geld, was halt irgendwo in gut überlegte Kategorien dann landet. Und ja, ich denke, das ist in Ordnung. Also ich kann zumindest, ja, ich sage mal, so ein bisschen was von dem, was ich mir da erhofft oder gewünscht habe, ja, besparen oder verstopfen oder wie auch immer man das nennen möchte, Geld in die Umschläge reinlegen. Okay, also ich würde sagen, wir wechseln einmal in die Ansicht in meinem Budgetbuch zu meinem Binder, wo wir dann einmal das Geld reinstecken. Weil viel mehr habe ich jetzt gar nicht zu erzählen. Ich habe ja schon einiges im Video vom Wochenabschluss jetzt erzählt, der erste Wochenabschluss jetzt, was am Dienstag rauskam. Und was so in Zukunft hier noch für Videos kommen werden, was ich da mir überlegt habe. Und da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal reinschauen. Ansonsten bleibt eigentlich alles wie gehabt. Und ja, wir starten dann mal und verteilen mal ein bisschen Kohle. So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo ihr Lieben, hi! Und herzlich willkommen hier zum Cash-Stuffing für den Monat April. Ja, diesmal nicht ganz so viel, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und ich würde sagen, wir starten erstmal ganz kurz mit der Korrektur. Also, ich habe jetzt hier 300 Euro liegen. 200, 250, 40, 50, 300 Euro. Hier habe ich ja aufgeschrieben, dass ich Bargeld von der Bank abhole, 350. Das habe ich auch gemacht. 50 Euro sind in meinem Portemonnaie als Taschengeld. Da war ich jetzt auch bisher noch nicht dran. Und genau, dann passt das soweit. So, und hier haben wir so meine schöne Wunschvorstellung gehabt. Das hier ist natürlich passiert. Das geht immer automatisch vom Konto ab. Das heißt, ich spare immer quasi jeden Monat automatisch schon mal 500 Euro weg. So, was ja eigentlich richtig, richtig cool ist. Okay, 100 Euro gehen in die Challenges rein. So, Vorratseinkäufe werde ich auf jeden Fall mit 50 Euro befüllen, definitiv. Der Friseur mit 50 Euro fällt weg. Das hat jetzt erstmal dann keine Priorität. Zumindest jetzt nicht so eine Dolle. 40 Euro Weihnachten geht auch standardmäßig rein. Das bleibt. So, Geschenke. 100 Euro wollte ich reintun. Das mache ich auch. Weil es stehen jetzt wirklich Geburtstage an. Ich möchte da vorgesorgt haben. Das heißt, leider muss ich dann hier meine Wunschvorstellung einmal wegradieren für die Haustiere. Das hat für mich eigentlich Priorität über alles hier mit den Haustieren. Aber da ist jetzt noch gut was drin. Und ich hoffe einfach mal, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert, dass ich da auf kurz oder lang dran muss. Ich hoffe. Man weiß es wirklich nie. Aber da nehme ich mir fest vor, dass ich da auf jeden Fall nächsten Monat wieder was rein mache. Vielleicht sieht es nächsten Monat ja auch hier wieder ein bisschen schicker aus. Mal gucken. Oder hier irgendwie. Ich habe ja gesagt, vielleicht die Lebensmittel spare ich jetzt was. In Zukunft, da ich ja jetzt immer dann einmal die Woche nach Kaufland gehe und nicht mehr bei Picknick bestelle, wegen diesem Mindestbestellwert. Und die Online-Einkäufe. Vielleicht kann ich die auch mal wieder ein bisschen reduzieren, dass ich vielleicht nächsten Monat nicht ganz so viel brauche. Aber das ist immer schwierig. Weil was man braucht, das braucht man halt. Und ich wirklich Leute seit Monaten schon, eigentlich seit ich mit dem Budgetieren angefangen habe, habe ich mir einmal ein Luxus gegönnt. Und das war hier mein Planer, dieses Bullet Journal Dingens hier, was ich euch ja auch mal gezeigt habe. Und ansonsten habe ich mir in der ganzen Zeit, wo ich das mache, nicht einmal jetzt irgendwie was gekauft, was jetzt irgendwie so Luxus war, sage ich mal. Außer diesem Planer und das Zubehör dafür, halt die Sticker und sowas alles. Also, und ich vermisse es auch nicht. Also mal davon ab. Also richtig coole Sache. Weil das hier macht einfach Spaß. Also es ist einfach so. Es macht Spaß, sein Geld sinnvoll einzuteilen und nicht für irgendeinen Blödsinn auszugeben. Vermeintlichen Blödsinn. Und ich denke mal, die Nala sieht das ganz genauso. Deswegen besucht sie uns auch noch einmal kurz. Ne, bis ich sie dann jetzt gleich wieder entferne, ne, meine kleine Maus. Ja. So. Bevor sie sich jetzt hier niederlässt, ne, machen wir dann einmal weiter. Ach, Mausi. Ach, so. Okay. Ich würde sagen, wir fangen, genau, wir fangen an mit dem hier, wo ich die Kategorien dann ganz normal drin habe. Weil, ich vergesse nämlich jedes Mal, hier hinten einzutragen, beim Cashstuffing, dass ja auch Geld in diese ganzen, äh, 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 ja, Online-Spartöpfe reingegangen ist, sag ich mal. Hier in dem Fall im ETF sind dann reingegangen. Ich glaube am 2. April, ne. Der erste war ja Feiertag, der war ja Ostermontag. Also sind am 2. April, 24, 200 Euro wieder in den ETF-Sparplan gegangen. So, dann haben wir das nämlich auch. Genauso hier mit dem Tagesgeld. Da habe ich ja einmal letztens jetzt 50 Euro rausgenommen für ein Klettergerüst, was wir im Garten aufstellen wollen. Äh, was leider noch nicht geliefert wurde bisher. Aber das kommt noch. Und hier sind dann auch per Dauerauftrag ganz normal 100 Euro reingegangen. Also sind jetzt 1.400 Euro drauf. Und hier auf dem Tagesgeldkonto, das soll dieses klassische Notfall-Tagesgeldkonto sein, mit den 3 Gehalts, äh, ja, mit den 3 Gehältern quasi, aber aufgerundet. Und da sind standardmäßig auch 200 Euro wieder draufgegangen. Und somit habe ich da 1.700 Euro drauf. Und da gehe ich auch nicht dran. Also das hier ist so ein Tagesgeld. Da habe ich gesagt, das ist für besondere Ausgaben. Deswegen habe ich da jetzt auch die 50 Euro weggenommen für das Klettergerüst, wo wir jetzt alle zusammengeschmissen haben. Genau. Soll aber jetzt auch nicht regelmäßig werden, dass da Geld ausgegeben wird. Okay. Dann würde ich doch sagen, packen wir hier doch direkt einmal die 100 Euro in Geschenke rein. Na, hatte ich ja gesagt, 100 Euro sollen da rein. Und dann habe ich da auch wieder 200 Euro drin. Was haben wir heute? Wir haben heute Sonntag, den 7.4. Also ich nehme das vorher auf. Weil in der Woche, wisst ihr Bescheid, ist immer ein bisschen schlecht. Kann ich zwar auch, aber ist dann, wenn dann nur am trainingsfreien Tag möglich. Und da bin ich bei meinem Neffen auf dem Geburtstag. Deswegen funktioniert das nicht. Und ich versuche immer den Sonntag zu nutzen, um die Videos zu machen. Wenn das möglich ist. Wenn ich dann schon die Zahlen habe und so. Für die Wochenabschlüsse ist das super, weil das ist ja dann immer rückwirkend. Aber zum Beispiel Cash-Stuffing kann ich jetzt nicht immer an einem Sonntag machen, wenn dann halt noch das Geld noch nicht auf dem Konto ist oder sowas. Aber okay, das muss man halt so ein bisschen dann timen. So, plus 100 Euro. Dann habe ich hier 200 Euro drin. Das beruhigt mich. Das finde ich gut. Weil alle meine oder viele meiner Freunde und Verwandte sind alles Sommerkinder. Und ja, dann geht es jetzt bald wieder los. Okay, dann Weihnachten 40 Euro. Auch das finde ich super, dass ich das mache. Weil das ist richtig cool. Ich brauche mir einfach gar keinen Stress machen, wenn Weihnachten kommt. Und Weihnachten, ihr wisst, kommt jedes Jahr. Das kann man nicht vergessen. Und es kostet jedes Jahr Geld. Mal mehr, mal weniger, je nachdem. Aber ich gebe da auch gerne mal ein bisschen mehr Geld aus. Für meine Lieben. So. Na, dann sind hier auch schon 200 Euro drin. Das ist wunderbar. Das ist wirklich echt nicht schlecht. Also, wenn ihr auch Weihnachten halt Geschenke kauft. Es gibt ja auch Leute, die machen das nicht. Oder die sehen das nicht so. Ja, für die ist das nichts. Oder feiern vielleicht auch kein Weihnachten. Gibt es ja auch. Jetzt ist ja auch gerade. Ist jetzt Zuckerfest? Ich glaube nächste Woche. Also ich habe ja heute Sonntag. Ich glaube Mittwoch ist Zuckerfest. Ich bin da nicht so ganz im Bild. Ich weiß nur, dass aktuell gefastet wird. Und dann bald ja auch das Zuckerfest ist. Ja, und da wird halt Zuckerfest gefeiert und kein Weihnachten. Aber ansonsten kann ich das echt empfehlen. Man spart eine kleine oder relativ kleine Summe. Bei mir sind es 40 Euro. Das kann ja auch variieren. Es gibt ja Leute, die sagen, so ich gebe jetzt Weihnachten maximal 100 Euro aus oder so. Oder 200 Euro oder so. Und dann hat man eine geringere Summe. Also ich finde es nicht schlecht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, und dann haben wir noch genau 50 Euro für die Vorratseinkäufe. Da will ich ja auch gewappnet sein, wenn jetzt ein gutes Angebot da ist. Oder irgendwie was Gutes da ist, was ich auf Vorrat mir dann kaufen kann. Also am liebsten natürlich dann auch im Angebot. Oder generell im Angebot. Warum soll ich jetzt von irgendwas, was vielleicht bald mal im Angebot kommt, ganz viel kaufen? Das wäre jetzt auch doof. Und deswegen kommen hier dann wieder 50 Euro rein. Mal gucken, wie lange die sich halten. Also es ist ja vielleicht auch mal gar nicht schlecht, wenn vielleicht einfach mal auch gar kein Angebot da ist. Irgendwie. Und man kann da so ein bisschen, ja, so einen Puffer aufbauen. Weil jetzt ging mir das ja, ich sage mal, relativ schnell leer. Weil irgendwie jede Woche was irgendwie Gutes war. Wo ich sagte, okay, da kannst du jetzt echt mehr von brauchen. Das ist ein gutes Angebot. Und vielleicht hält sich das ja jetzt mal ein bisschen länger. Okay, dann sind wir hier schon fertig. Und dann kommen wir einmal zu den Challenges. Ich habe da noch 10 Euro dann übrig, hier wegen den Weihnachten. Und das werden wir dann auch hier in den Challenges, in der Challenge verteilen. Plus 10 Euro schreibe ich hier mal hin, dass ich mich dann nicht wieder wundere, wo das Geld hergekommen ist. Okay, 100 Euro. Ja, leider, Leute, habe ich das nur so. Wenn ich das jetzt, könnte ich mehr Challenges bedienen, ne? Wenn ich das jetzt kleiner hätte, andersrum könnte ich jetzt vielleicht aber auch einfach eine bedienen und ganz viel ankreuzen, ne? Warum nicht? Kann man machen. Und ich habe es immer noch nicht weggeföhnt, Leute. Ich bin echt irgendwie, ähm, ne? Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen, äh, schlampig hier. Was jetzt natürlich doof ist, weil ich einen 10-Euro-Schein habe und den da gerne reintun möchte und ich jetzt nicht 10 Stunden mit euch radieren möchte. Gucken wir mal. Aber hier könnte ich ja auch 10 Euro. Aber die große will ich jetzt irgendwie, ach, die müsste ich auch mal anfangen, ne? Und das hier ignoriere ich ja total. Weiß ich auch nicht warum. Könnt ihr downloaden, ne? Unterm Video. Kostenlos. Ähm, genau. 100 Euro. Ich glaube, ich packe die hier rein, in diese 1000-Euro-Challenge direkt. Weil das so eine größere Challenge. Die größte, die ich habe, bis auf, ähm, die hier. Was ihr übrigens auch kostenlos downloaden könnt, unterm Video. Zum Ausdrucken. Ähm. Hm. Hm, hm. Hätte ich mir mal vorher überlegen sollen, ne? Müsstet ihr jetzt nicht so lange warten. Aber wisst ihr was? Komm, ich mache das jetzt so. Ich habe jetzt hier 110 Euro. Und ich verspreche beim nächsten Mal, hoffentlich, verspreche ich direkt wieder so abgeschwächt. Beim nächsten Mal verspreche ich euch hoffentlich, ähm, dass ich die 10-Euro-Challenge da mal radiere oder wegföhne. Soja gehen mit Hitze. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon allein aus Neugier mal gemacht habe. Jetzt bisher. Irgendwie immer verpeilt. Okay, ähm, dann machen wir das doch so. So, dann haben wir 50 weg. Dann haben wir 5 Euro Scheine habe ich so selten, ne? Weil ich die auch nicht aus meinem Automaten kriege. Da haben wir den 10er weg. Und jetzt müssen wir nochmal 50 wegkriegen. Zack. Und dann packen wir da 110 Euro rein. Das ist doch auch richtig, richtig gut. Wenn die mal voll ist, wow. Also, dann werde ich wieder total überrascht sein. Und mich total freuen wieder. Und das einfach wieder alles aufs Tagesgeld rüberpacken. Weil da bringt es halt Zinsen, ne? So, dann haben wir jetzt hier 390 Euro. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt gerade nicht gemerkt, dass ich mal kurz schneiden musste. Aber es hat an der Tür geklopft. Okay. So, dann, äh, genau. Packen wir die 110 Euro da rein. Und wir konnten dann jetzt wieder richtig viel abstreichen. Ist das nicht cool, wie voll der Umschlag jetzt schon ist? Richtig cool. Klar, ich hätte jetzt auch hier natürlich Geld raus wechseln können, ne? Und hätte dann andere Challenges bedienen können. Alles möglich. Aber warum jetzt nicht so? Ne? Jetzt habe ich hier schon 390 Euro drin, Leute. Wahnsinn! 390 Euro einfach. Krass. Ja, schon seit, äh, im Dezember habe ich damit angefangen, ne? Oder, ne? Scheinbar schon eher. Ja, hier habe ich scheinbar irgendwie mal einen neuen Tracker, den Tracker irgendwie neu gemacht. Weil da hatte ich ja schon 185 Euro dann drin. Aber okay. Richtig, richtig cool. Ja. Dann sind wir fürs Cash-Stuffing eigentlich schon total durch. Genau. Hier habe ich korrigiert. Das ist okay. Hier brauche ich nichts korrigieren. Hier ist alles geblieben. Ja. Da hat sich nichts getan. Ja, liebe Leute, dann danke ich wie immer fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein bisschen was da, ob es ein Like ist oder ein Kommentar immer gerne, gerne, gerne gesehen. Ansonsten, äh, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt bisher, könnt ihr das gerne im Abspann machen. Da könnt ihr auch dann euch gerne nochmal die Budgetplanung angucken. Die verlinke ich euch dann da nochmal, wie ich das denn hier alles geplant habe und warum vor allem. Hat natürlich immer alles so seine Hintergründe. Ja, und dann ist der Spaß schon vorbei für diesen Monat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Alles Gute für euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.